Ein, zwei Leute kommen noch nach, aber es ist 10 Uhr und wir wollen natürlich auch pünktlich anfangen. Von daher begrüße ich recht herzlich zu einem neuen Webinar, einem Edo-Talk zum Thema Webinare gestaltet mit Zoom. Herzlich willkommen. Ja, heute soll nochmal eine Wiederholung, ein Grundlagenkurs sein für alle, die Zoom vielleicht mal so ein bisschen kennengelernt haben, aber sich auch die Frage stellen, wie können wir das Programm für eigene Webinare, für Angebote nutzen? Wie planen wir Veranstaltungen? Welche Funktionen bietet Zoom auch für die Gruppenarbeit, für die Webinararbeit, für die Moderation von Veranstaltungen? Welche Formate lassen sich auch mit umsetzen? Vom Vorgehen heute, wie gesagt, ich würde nochmal so einen kleinen Überblick einfach geben, wenn Sie Fragen haben. Wir machen nachher Fragenrunden und zwar haben Sie dann auch die Möglichkeit in der Teilnehmerleiste, wenn Sie unten auf Ihre Zoom-Navigationsbar schauen, ich zeige Ihnen das hier mal gerade, gibt es hier unter dem Bereich Teilnehmer diese Teilnehmerliste, die Sie ein- und ausblenden können und da haben Sie links so eine kleine blaue Hand, die habe ich als Host nicht, aber Sie als Teilnehmer haben die. Und wenn Sie eine Frage haben, dann melden Sie sich einfach und ich werde so dementsprechend, ja, Blöcke einbauen und zum Schluss natürlich auch die Fragerunde eindeuten, um auch Ihre Punkte mit aufzunehmen. Genau, ansonsten, wie gesagt, ich werde einiges zeigen, ich werde einiges demonstrieren und hoffe, dass Sie dann auch mit einem etwas gestärkterem Gefühl aus dieser Veranstaltung rausgehen. Ja, Webinare, ein großes Schlagwort, was in den letzten Monaten ja sehr viel auch an Bedeutung gewonnen hat. Und erst mal die Frage, was versteckt sich hinter diesem Begriff? Es gab auch noch mal in den letzten Wochen so einige, ja, Unklarheiten wegen Markenschutz. Darf man das Wort Webinar überhaupt noch benutzen? Und ja, Webinar ist erst mal eine Wortneuschöpfung aus Web und Seminar, also im Prinzip eine Bildungs- oder eine Unterrichtseinheit, eine Einheit, die online stattfindet. Und in diesem Fall, wie gesagt, ist es eine Wortneuschöpfung, die aber in der Tat auch markenrechtlich auch geschützt ist. Das heißt, dieses Webinar mit einem R und einem Kringel. Und wen es wirklich genauer interessiert, wir haben bei uns im Blog erwachsenenbildung-ekhn.blog auch noch mal einen Artikel zu diesem Markenrechtsstreit oder Markenrechts-Thema, weil es eben auch sehr viel die Runde gemacht hat. Es gäbe schon Abmahnungen, weil Bildungseinrichtungen das Wort Webinar verwendet haben. Dem ist nicht so. Also der Markeninhaber hat sich da auch ganz klar zu geäußert. Es wird keine Abmahnung geben. Er möchte, oder es wurde einfach markenrechtlich geschützt, dieser Begriff, aber es wird keine Auswirkung auf den Bildungsbereich auch haben. Hier im Blog, wie gesagt, ein Artikel dazu mit entsprechendem Link auf das Statement beziehungsweise des Markeninhabers wie auch der Rechtsanwaltskanzlei, die ihn vertreten hat. Ja, ansonsten gibt es natürlich unterschiedliche Formate, die wir umsetzen können. Mit Zoom, aber auch mit anderen Videokonferenzsoftware. Wir können im Prinzip frontale Formate umsetzen, klassische Gespräche oder auch Erklärung. Das heißt, einer erzählt, alle hören zu. Und auch hier gilt die alte Weisheit, die wir aus der Schule kennen, wenn alles schläft und einer spricht. So nennt man dieses Unterricht, genau. Also das heißt, dadurch, dass wir jetzt allein ein digitales Format verwenden, verwenden heißt es nicht automatisch, dass es auch gut wird und dass es auch Leute mit in den Band zieht. Also wir können digitale Formate genauso langweilig und uninteressant gestalten wie auch analoge Bildungsformate. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn man sich die entsprechende Mühe gibt, kriegt das auch wirklich jeder hin. Und ich möchte jetzt einfach hier so auch so ein paar Möglichkeiten zeigen, wie wir einfach auch Zoom-Software nutzen können, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen ansprechender und auch spannender zu machen. Ja, zum einen, was ich immer ganz gerne mache beim Einstieg bei digitalen Veranstaltungen, für diejenigen, die Zoom noch nicht so gut kennen, die Ansichten auch erklären. Es gibt bei Zoom ja unterschiedliche Ansichten, die möchte ich einfach mal kurz zeigen. Denn letztendlich legt jeder Zuschauer, jede Zuschauerin für sich fest, welche Ansicht er oder sie auf ihrem Desktop angezeigt bekommt. Und zwar rechts oben gibt es diesen Button mit Ansicht, da gibt es eine Sprecheransicht, dann wird immer die Person angezeigt, die gerade redet oder eine Galerieansicht. Und dann werden auch, ich sage mal, alle weiteren Personen angezeigt, die per Video auch mit dazu geschaltet sind. Diese Darstellung kann jeder für sich soweit festlegen. Und man hat bei Zoom aber auch die Möglichkeit, sich diese Ansicht hier individuell auch fest oder auch anzuordnen. Ich muss mich mal gerade hier entfernen. Und zwar, indem man sich einfach die Fenster, ich sage mal, schnappt und per Maustaste einfach rumdreht oder rumzieht. So kann man sich die Fenster so anordnen, wie jeder oder jede das für sich haben möchte. Dann gibt es eine tolle Funktion. Es ist ja nicht so, dass Sie als Zuschauer das für sich festlegen können, sondern ich als Host, nur als Host, habe auch eine Möglichkeit, ein Video zu spotlighten. Also wirklich ein Spotlight ins Rampenlicht zu stellen. Hierfür, ich nehme jetzt mal den Alexander Herzfeld, weil der jetzt hier gerade neben mir ist. Wir hatten ja vorhin, genau, hallo. Wir hatten ja vorhin schon die Sprecher an sich. Das heißt, dann wird immer derjenige angezeigt, der gerade am Reden ist. Ich kann jetzt aber auch das Video vom Herrn Herzfeld aussuchen und klicke hier auf diese drei Punkte als Host und sage, fokussieren für jedermann. Und dann ist das Video vom Herrn Herzfeld im Fokus als Spotlight im Rampenlicht. Und das funktioniert nicht nur mit einem Video, das funktioniert bis zu neun Videos. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch auf mein Video klicken und sagen Spotlight-Video hinzufügen. Und schon kann ich mit Zoom eine prominentere Interview-Situation oder ein Setting schaffen, ein Podium schaffen. Das heißt, ich kann bis zu neun Personen, kann ich, ich sage mal, hervorheben und natürlich mit einem Klick auf diese drei Punkte das Spotlight-Video auch entfernen. Vielen Dank, Herr Herzfeld, dass Sie sich bereit erklärt wurden von mir, hier auch gezeigt zu werden, genau. Also das heißt, ich kann bis zu neun Personen, kann ich fokussieren für andere Personen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel, wir hatten, gestern habe ich einen Fachtag moderiert. Da waren über 120 Gäste online über Zoom. Und dann gibt es natürlich immer bestimmte Personen, die am Reden sind und die auch fokussiert oder im Rampenlicht auf der Bühne stehen normalerweise. Ministerin ist mit dabei und Vertreterin vom Ministerium. Und so kann man immer ganz schön auswählen, wer gerade prominent für alle anderen auch angezeigt wird. Dazu, also wie gesagt, dieses Spotlight-Video, das kann nur der Host einer Veranstaltung machen. Das kann weder der Co-Host noch die Teilnehmer. Was die Teilnehmer aber machen können, ist auch sich ihr individuelles Layout festlegen. Denn auch wenn ich ein Spotlight-Video als Host festgelegt habe, kann ein Teilnehmer jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel die Ulrike Engler, ich sage mal, anpinnen. Dann wähle ich nicht Spotlight-Video. Die Funktion haben Sie als Teilnehmer nicht, sondern nur pinnen. So. Und dann ist lokal nur bei mir auf dem Rechner, im Moment über die Freigabe jetzt, aber nur bei mir auf dem Rechner ist jetzt die Frau Engler in einem priorisierten Bild. Ich gebe den Desktop nochmal frei, dass Sie sehen, wie das bei mir aussieht. Das heißt, hier ist die Frau Engler angepinnt. Und genauso gut kann ich jetzt auch mich als Pin-Video hinzufügen. Das heißt, so kann ich lokal für meine Ansicht mir bestimmte Personen in den Vordergrund ziehen. Mit einem Klick hier oben auf Ansicht kann ich zum Beispiel jetzt wieder auch alle Pin-Videos entfernen. Und die Ansicht ist wieder so, wie ich es festgelegt habe. Wozu ist dieses Anpinnen gut? Nehmen wir doch mal als Beispiel, Sie hätten zum Beispiel, ja, für eine Veranstaltung einen Simultandolmetscher zum Beispiel mit dazugeschaltet. Dann könnten diejenigen Personen, die eben einen Simultandolmetscher eben brauchen für die Gebärdensprache, die könnten Sie dann im Prinzip als separates Fenster mit anpinnen. Und diejenigen, die den Dolmetscher nicht brauchen, die brauchen das eben nicht. Das heißt, auch Autonomie für den Zuschauer. Genauso gut kann man einfach auch, ich sage mal, sich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Ansicht einfach individuell auch festlegen. Genauso gut gibt es auch bei Zoom die Möglichkeit, ich sage mal, eine Dolmetsch-Funktion mit einzubauen. Das ist aber recht anspruchsvoll. Ich zeige nachher, wie man das festlegt, weil dann wird im Prinzip eine, oder separate Audiospuren werden dann aufgebaut. Und Sie brauchen dann wirklich, ja, Dolmetscher, wie in Dolmetscher-Kabinen, die dann simultan in andere Sprachen übersetzen. Und die Zuschauer können sich dann die jeweilige Sprache auch aussuchen. Das muss man vorher aktivieren. Das zeige ich Ihnen aber auch, wie das geht. Das ist eher, ich sage jetzt mal, so fortgeschrittenen Level, was, ich sage mal, so die Zoom-Bedienung angeht. Wir wollen uns jetzt aber auch erst noch mal ein bisschen in die Grundlagen auch noch mal reinschauen. Das heißt, Meeting, Webinar. Es gibt ja bei Zoom auch noch mal eine Webinar-Funktion. Braucht man die unbedingt? Oder tut es auch die Meeting-Funktion? Wie plane ich ein Meeting? Wie lade ich ein? Und so weiter. Das soll jetzt erst mal Thema sein. Einige schreiben schon recht fleißig mit. Das sehe ich. Sie haben ja am Anfang den Hinweis bekommen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Auch das kann man einstellen, dass noch mal eine extra Meldung erscheint. Für diejenigen, die dazukommen, zeige ich Ihnen auch, wie das geht. Und die Aufzeichnung, die wird es dann hier im Blog unter erwachsenenbildung-ekhn.blog geben. Sie erhalten, sobald dieser Blog da ist oder dieser Beitrag da ist, auch eine E-Mail von mir. Sie haben sich ja angemeldet, eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Und wie das funktioniert, dass Sie sich anmelden, zeige ich Ihnen jetzt auch. Es funktioniert sehr, sehr viel bei Zoom über die Webseite. Die gebe ich jetzt einfach mal frei und zeige die Ihnen. Zoom.us. Denn nur einen Teil der eigentlichen Funktionen lege ich in das Zoom-Software fest. Einen ganz großen Teil in meinen Kontoeinstellungen unter Zoom.us. Das heißt, ich nehme Sie jetzt einfach mal mit in mein Konto rein und hat man dann hier so die Übersicht mit Mail-Adresse und Lizenz und wie auch immer. Und ganz entscheidend ist dann hier, wie gesagt, der Punkt Meetings oder auch Webinare. Und wenn ich jetzt ein Meeting planen möchte, kann ich das natürlich auch über die Software machen. Aber es geht auch hier über den Browser. Das heißt, ich klicke dann auf Meetings und sage dann hier ein Meeting planen. und komme jetzt an den Punkt, wo ich die grundlegenden Einstellungen festlegen muss. Das heißt, ich gebe das Thema an. Demo-Meeting-Webinar, eine Beschreibung. Dann, wann findet das Meeting statt? Die Dauer. Dauer bedeutet jetzt nicht, dass das Meeting dann automatisch nach einer Stunde beendet wird, sondern es wird dann ja für dieses Meeting ein Kalendereintrag für Outlook oder iCal oder den Google-Kalender erstellt und der ist dann halt eben so lang, wie die Dauer, die hier angegeben wird. Ja, die Zeitzone ist natürlich wichtig. Ist das ein regelmäßiges Meeting? Jetzt kommt ein richtiger Punkt, nämlich die Registrierung. Möchte ich, dass sich die Personen für das Meeting oder das Webinar registrieren oder möchte ich, dass jeder einfach so teilnehmen kann? So, das heißt, ich sage jetzt mal mit Registrierung und klicke hier drauf, zeige ich Ihnen dann gleich, welche Folgen das hat. Dann ist es so, Meeting-ID. Mit jedem Zoom-Account ist eine Meeting-ID. Das ist wie eine Raumnummer. Das ist eine Raumnummer verbunden. Und ich kann jetzt hier auswählen, soll diese automatisch erzeugt werden oder soll die persönliche Meeting-ID von mir, hier soll die verwendet werden. Kann ich hier auswählen, genau. Der Punkt ist halt, wer die persönliche Meeting-ID kennt, hat vielleicht einen Wiedererkennungswert, kann aber jederzeit versuchen, auf ein Meeting zuzugreifen. Allerdings kommen die Leute nicht in das Meeting rein, weil entweder ist mittlerweile ein Passwortpflicht oder der Warteraum. Das war bis vor kurzem auch noch nicht so. Mittlerweile ist eines von beiden Pflicht. Das heißt, wenn ich automatisch erzeuge oder auch mit der persönlichen ID, ist entweder der Kenncode oder der Warteraum Pflicht, damit Leute nicht einfach so ein Zoom-Meeting sprengen können. Ich entscheide mich jetzt hier für den Warteraum. Man kann einstellen, Video aktiv, Audiozugang, Telefon oder Computer. Ich sehe, einige sind auch hier über Telefon, auch mit dazu geschaltet. Das heißt, es wird eine Festnetznummer generiert. Hier über Bearbeiten kann man die Länderregion auch noch mal festlegen, welche Festnetznummern generiert werden sollen, damit man sich einwählen kann. Und dann ist man schon in den Optionen, ist ein Beitrag vor dem Moderator erlaubt, alle Teilnehmer zum Beispiel stumm schalten, Meeting automatisch aufzeichnen. Da habe ich jetzt eigentlich überhaupt nichts aktiviert. Und dann kommt dieser Punkt Dolmetschen, Sprachübersetzung aktivieren. Und erst, wenn ich das aktiviert habe, dann gibt es diese Funktion auch in der Zoom-Menüleiste. Dann kann ich jetzt hier Dolmetscher aus Agenturen zum Beispiel einladen per E-Mail, die sich dann als Teilnehmer per Zoom mit dazu schalten und dann im Prinzip simultan zu dem, was gesprochen wird, in eine oder andere Sprache übersetzen. Ist alles fertig geplant, klicke ich auf Speichern. Das Meeting wird angelegt. Und ich habe auf der einen Seite einen Einladungslink. Genau. Und hier unten dann auch noch mal die Möglichkeit, jetzt müssen wir gerade gucken, wir hatten doch Registrierung gesagt. Mal kurz noch mal bearbeiten. So, hier, genau, ich wollte ja registrieren. Ich hatte jetzt hier diesen Haken vergessen mit der Registrierung. Genau, auch das darf mal passieren. So, ich speichere. So, jetzt haben wir hier nämlich nicht nur den Einladungslink, sondern einen Registrierungslink. Und das ist der Link, worüber Sie sich zum Beispiel auch für dieses Meeting angebildet haben. Das heißt, dann wird von Zoom wird ein Bereich bereitgestellt oder bereitgestellt. Kann man Name, Nachname, Mail-Adresse angeben und dann registrieren. Dann werden Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Daten werden dann temporär hier gespeichert. Eben für diese Veranstaltung. Ich bin dann in der Lage zu gucken, okay, ob Sie dann auch wirklich da waren und kann Ihnen im Anschluss dann auch an diese E-Mail-Adresse ja eine Follow-up-E-Mail schicken mit den Informationen des Webinars. Wenn Sie, ich sage mal, in dem Fall kontrolliert natürlich niemand nach, ob Sie eine gültige Mail-Adresse angeben. Das ist kein Doppel-Opt-In, dass das nochmal bestätigt werden muss. Wer jetzt hier irgendwie klärgrube.aol.com angibt, der kann trotzdem am Webinar dann auch teilnehmen, weil nach Erfolg der Registrierung in der Übersicht ja auch die Zugangsdaten nochmal angezeigt werden. Genau. Ich habe dann aber auch in den Meeting-Einstellungen hier nochmal die Übersicht über die Registranten. Habe hier nochmal die E-Mail-Einstellung. Das heißt, kann hier nochmal festlegen, welche Mail wird nochmal direkt gesetzt, von welcher E-Mail-Adresse wird ausgeschickt, Vorschau-E-Mail. Ich kann ein Branding machen. Sie haben ja gesehen, wir haben bei uns in der Anmeldeseite oben noch das Logo vom Fachbereich. Das kann man hier mit einrichten. Ich kann hier schon mal direkt Umfragen mit einrichten. Das heißt, wenn ich irgendwie umfragen, kommen wir gleich nochmal zu dem Thema. Das ist so eine schöne Möglichkeit für ein schnelles Live-Feedback. Kann ich hier mit einrichten? Das heißt, ich habe noch keine Umfrage erstellt. Gehe ich mal auf Hinzufügen. Kann dann hier die Frage eingeben. Kann angeben, ist das anonym oder nicht? Und dann Single-Choice oder Multiple-Choice mit den entsprechenden Antworten. Ich wechsle jetzt einfach mal ganz kurz, weil wir jetzt bei dem Thema Umfragen sind, zu dem Punkt, was ich als Host mit einer Umfrage alles machen kann. Und zwar, ich muss die Umfragen nicht im Vorfeld erstellen. Ich kann die auch parallel in einem laufenden Meeting zum Beispiel erstellen. Und das funktioniert wie folgt. Ich habe als Host oder als Co-Host hier unten diesen Button mit Abfrage. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, kommen entweder schon mal Umfragen, die ich schon mal erstellt habe. Also das ist eine Umfrage, die habe ich schon mal gemacht. Die werden dann gespeichert. Oder ich kann auch hier auf Bearbeiten klicken. Dann öffnet sich das Browser-Fenster. Und dann kann ich hier eine neue Umfrage stellen. Wie geht es Ihnen? Das mache ich mal anonym. Oder ich nutze das jetzt zum Beispiel jetzt mal als Feedback-Möglichkeit. Das heißt, ich werde Sie gleich fragen, ob Sie zurzeit Fragen haben. Ja oder Nein. Single-Choice-Anonym sage ich Speichern. So, und jetzt sehen Sie, hat sich hier das dahingehend verändert, dass jetzt hier ein Auswahlmenü ist. Und ich mir jetzt hier meine Frage, die ich gerade angelegt habe, auswählen kann. Und jetzt klicke ich mal auf Umfrage starten und schaue mal, ob Sie zurzeit Fragen haben. Also bei mir erscheint das gar nicht. Wo finde ich das jetzt? So, es haben jetzt 85 Prozent geantwortet. 30 von 36. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, die Umfrage zu beenden und die Resultate freizugeben. Von daher, ja, es sind ein paar Fragen da zu der Registrierung. Die Christina Quast, die hat auch schon eine Frage in den Chat geschrieben. Von daher nutzen Sie bitte bei den Teilnehmern diese Meldefunktion. Und dann kann ich Sie auch mit dran nehmen, wie es die Tina Hase jetzt gemacht hat. Von daher sage ich jetzt mal, Frau Hase, wollen Sie mir Ihre Frage stellen? Ja, sehr gerne. Ich habe das jetzt gar nicht, also die Umfrage habe ich gesehen, als Sie Ihren Bildschirm geteilt haben, aber die Umfrage kam bei mir nicht an. Erscheint die dann einfach im Fenster oder? Ja, die Umfrage, wenn die gestartet wird, erscheint die dann ganz normal im Fenster bei jedem. Also die erschien kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch Ihr Bild war, das ich gesehen habe, oder weil das war dann auf einmal weg. Ja, ich kann hier gerade noch mal kurz starten, weil vielleicht war das jetzt gerade ein bisschen verwirrend, weil im Hintergrund meine Bildschirmfreigabe war. Aber ich kann die Freigabe gerade mal beenden und noch mal neu starten. So, und jetzt sollte die bei Ihnen aufploppen und angezeigt werden, so ein kleines Fenster mit Umfrage. Ja, danke schön. Ja, genau, das ist das, genau. Ich hätte noch gleich eine Frage dazu. Ich habe eben umprobieren festgestellt, dass man nicht immer diese Ansichten, die Sie jetzt unten haben, die Möglichkeit der Umfrage und so, braucht man da eine bestimmte Voraussetzung des Gerätes, auf dem man das macht? Nicht dem Gerät, sondern die Funktionen sind abhängig von ihrer Rolle. Ja, also das heißt, ich als Host habe natürlich alle Funktionen, die Zoom mir bietet. Ein Co-Host, ein Co-Moderator hat eingeschränktere Befugnisse, aber somit auch mehr Punkte. Und Sie als Teilnehmenden haben im Prinzip die wenigsten Befugnisse und die wenigsten Funktionen. Genau. Also wie gesagt, so diese Punkte mit Abfrage oder auch Kleingruppenräume, das kann nur, ich sage mal, der Host erst mal erstellen. Und das können Sie oder sind Sie dann ja in dem Fall, wenn Sie dann eine Lizenz haben und ein Meeting selber organisieren. Okay, danke. Okay, so, genau. Jetzt kommt von der Christina Quast noch die Frage, kann man die Registrierung noch konfigurieren, welche Felder abgefragt und ausgefüllt werden? Ja, das geht natürlich auch. Und zwar, so, genau, hier ist ja das Fenster. Die Registrierung, jetzt muss ich nur gucken. Genau, hier ist ja das Meeting, was wir vorhin testweise angelegt haben. Moment, die Freigabe wurde gerade gestoppt, seltsamerweise. So, genau, das ist das Meeting, was wir ja gerade testweise angelegt haben. Und ich kann dann hier unter Registrierung, kann ich bearbeiten und dann noch mal einmal die Fragen festlegen. Also das sind im Prinzip schon mal so vorgesetzte Fragen mit Adresse, Stadt, Postleitzahl, wie auch immer. Das heißt, da muss ich einfach nur den Haken dran setzen. Und hier der Haken ist, das ist eine optionale oder eine verpflichtende Abfrage. Das heißt, muss man die beantworten, sonst geht es nicht weiter. Aber ich kann auch benutzerdefinierte Fragen angeben. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch bei unserem Barcamp Bildung digital, was wir regelmäßig durchführen, machen wir die Anmeldung auch über die Zoom-Maske. und dann haben wir zum Beispiel hier noch so die Frage oder der Punkt, ich benötige eine Teilnehmerbescheinigung. Es sind noch einige Mikrofone. Ich würde Sie einfach bitten, ich habe Sie jetzt gerade noch mal stumm geschaltet. Einfach, also Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Redebeiträge per Video, per Audio mit einzubringen. Aber dann bitte dann die Mikrofone auch stumm schalten, wenn diese beendet sind, weil viele oder einige Mikrofone erzeugen auch ein Störgeräusch. Und das ist nämlich ein organisatorischer Hinweis, wenn Sie auch mit Zoom oder mit anderen Programmen arbeiten, egal mit welchem. Ich habe als Moderator nur begrenzten Einfluss auf die Qualität, was Ton zum Beispiel anbetrifft, weil ich nicht beeinflussen kann, mit welchem Mikrofon Sie zum Beispiel teilnehmen. Mikrofone sind immer sehr unterschiedlich. Viele Geräte haben integrierte Mikrofone, gerade Laptops. Die sind aber auch dazu ausgelegt, ich sage mal, einen sehr, sehr breiten Bereich aufzunehmen. Das heißt, wenn dann irgendwo Störgeräusche sind, jemand was auf den Tisch stellt, wie auch immer, dann wird das übertragen. Und einige Mikrofone erzeugen auch noch so ein Hintergrundrauschen, was so hochfrequent ist, was Kopfschmerzen verursacht. Also von daher der Moderatorenhinweis darauf, Mikrofone stumm zu schalten. Ansonsten haben die Moderatoren oder die Hosts und die Co-Hosts haben auch die Möglichkeit, einzelne Personen stumm zu schalten. Das heißt, ich habe ja hier die Teilnehmerliste und kann dann hier, sehe dann hier auch, okay, rot durchgestrichen bedeutet stumm geschaltet, Kamera aktiviert, nicht aktiviert und kann dann zum Beispiel auch Aufhebung der Stummschaltung anfordern oder wenn auch Personen dabei sind, mit einem Klick hier drauf auf die drei Punkte, die auch stumm schalten. Generell ist die Teilnehmerverwaltung für die Moderation sehr, sehr wichtig, weil ich hier nämlich auch die Rollen festlegen kann. Ich habe vorhin von Host und Co-Host und Co-Moderatoren gesprochen und wenn ich jetzt, der Thomas Hinze ist jetzt zum Beispiel hinter mir, den werde ich jetzt gerade mal übergangsweise zum Co-Moderator. Jetzt ist er nicht mehr hier, ist jetzt wieder weg. Jetzt ist der Herr Herzfeld schon wieder hier, muss ja schon wieder her. Es wechselt immer, sehen Sie das? Das ist auch spannend. Muss mal schnell reagieren. Also da kann ich auf den Herrn Hinze klicken, auf mehr und zum Co-Host erstellen. Dann kommt hier eine Nachfrage, möchte ich Ihnen wirklich zum Co-Host machen. Und dann sehen Sie auch hinten in den Klammern, dass der Herr Hinze jetzt Co-Moderator ist. Das heißt, der Herr Hinze hatte jetzt auch die Rechte, im Prinzip Personen stumm zu schalten oder auch Kamerasteuerung zu beantragen oder eben auch Abfragen zu erstellen und so weiter. Und das geht relativ schnell. Und genauso gut kann ich mit einem Klick auf mehr die Co-Host-Genehmigung wieder rufen. Generell kann ich beliebig viele Co-Hosts ernennen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Genau, es ist die Frage, wie viel man immer braucht. Der Vorteil ist, die Co-Hosts, die erscheinen hier in der Teilnehmerliste immer direkt unter dem Host. Und ansonsten gibt es hier so eine sehr variable Anordnung. Sie sehen, das verändert sich ständig, auch nach Aktivierung und Deaktivierung der einzelnen Geräte. Genau, die Chat-Übersicht ist Ihnen ja bekannt. Einige haben das ja auch schon genutzt. Das heißt, für uns als Moderatoren oder als Host, wir haben hier einfach noch die Möglichkeit festzulegen, wie Sie diesen Chat nutzen können. Das heißt, ich kann als Host zum Beispiel den Chat komplett deaktivieren, dass Teilnehmer überhaupt nicht chatten können, dass die nur mit Host oder mit dem Co-Host reden können oder hosten Öffentlichkeit oder mit jedem. Das heißt, wenn ich möchte oder nicht möchte, dass die sich austauschen, kann ich Ihnen einfach auch den Chat komplett deaktivieren. Genau, ja. Kirsten, da hast du vollkommen recht. Das sind viele Informationen. Und ich hoffe, Sie haben nicht den Anspruch, jetzt irgendwie nach dieser halben, dreiviertel Stunde, wie wir uns mit Zoom beschäftigen, irgendwie Profi zu sein. Sondern es ist jetzt wirklich mal so ein Durchlauf durch die Funktionen, Möglichkeiten. Und dann der Rat und der Tipp, probieren Sie bitte aus. Ausprobieren. Man kann sich einen Gratis-Account anlegen, wenn man keine Lizenz hat. Dort ist die Meeting-Dauer bis 40 Minuten limitiert. Aber man kann alle Funktionen hier auch testen mit Breakout-Räumen, mit Abfragen und wie auch immer. Und sich einfach auch vertraut machen mit der Oberfläche. Denn letztendlich muss man, wenn man über Zoom oder auch andere Programme eine Veranstaltung organisiert, sich in dem Programm auskennen. Man muss wissen, wenn es jetzt irgendwo fiept, das hatten wir vorhin bei der Einwahl, da war irgendwie eine ganz fiese Rückkopplung von jemandem von Ihnen. Was mache ich dann? Und dann ist für mich ganz instinktiv einfach der Button, alle stumm schalten, erstmal die erste Wahl. Das heißt, Ihre Audioquellen alle deaktivieren. Deswegen muss ich erstmal wissen, wo sind denn als Moderator meine Möglichkeiten überhaupt? Und das geht einfach nur über üben, üben und üben. Ja, genau. Wir hatten den Chat, kann ich soweit festlegen. Abfragen hatte ich soweit auch schon mal gezeigt. Ich möchte Ihnen, weil, wie gesagt, wir werden nicht auf alles über bei Zoom zu sprechen kommen, aber noch eines der genialsten Features bei Zoom, nicht nur für Webinare, sondern auch für Bildungsveranstaltungen generell. Jetzt mal zeigen, nämlich die Breakout-Sessions, also die Kleingruppenräume. So, und zwar, erstellen kann nur ich die als Host. Es gibt jetzt seit ein paar Wochen ein ganz tolles Feature. Vorher war es nämlich so, dass ich als Host Breakout-Räume erstelle, Kleingruppenräume und sie zugewiesen habe, aber sie nicht selber entscheiden konnten, in welchem Raum möchte ich eigentlich sein. So, und dieses Problem ist jetzt seit der Version 5.3 von Zoom auch behoben. Das heißt, jetzt ist nämlich auch ein eigenständiger Wechsel in den Breakout-Räumen möglich, sogar über das Smartphone. Was bedeutet das konkret? Ich habe in meiner Menüleiste hier unten, ich muss mal so ein bisschen hier rüber schauen, weil auf dem Monitor ist jetzt hier gerade meine Zoom-Oberfläche. Unter dem Button Mehr, den Punkt mit den Breakout-Sessions, genau. Klicke ich hier drauf, öffnet sich ein Fenster mit der Auswahlmöglichkeit Konferenzräume erstellen. Und ich kann jetzt erst mal eine Anzahl der Räume erstellen. Das lässt sich nachher noch variieren. Und ich kann sagen, automatisch zuweisen, manuell zuweisen und Teilnehmern die Auswahl eines Raumes gestatten. Automatisch zuweisen heißt, wir machen zum Beispiel bei unserem Barcamp im Vorfeld, da macht es wenig Sinn, mit 120 Leuten per Videokonferenz eine Vorstellungsrunde zu machen. Das haut nicht hin. Aber wir wollen, dass man zumindest so ein paar Bezugspunkte hat und sich schon mal, dass jeder sich zumindest schon mal mit ein paar Leuten unterhalten hat. Das heißt, unsere Methode ist, Kleingruppen, die Teilnehmenden sollen in vierer, fünfer Gruppen für fünf Minuten zusammenkommen und sich einfach mal vorstellen und ins Gespräch kommen. Da geht es ja auch um Aktivierung, um selber mal was zu sagen. Dann kann ich hier die Anzahl der Räume festlegen und sehe hier unten direkt die Anzahl der Teilnehmer. Das heißt, es wird automatisch festgelegt, je mehr Räume, desto weniger Teilnehmer. Dann kann ich auch sagen, manuell zuweisen oder die Auswahl eines Raumes gestatten. Das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Möglichkeit. Ich klicke auf Erstellen. Es öffnet sich ein neues Fenster und jetzt kann ich noch mal die Breakout-Räume im Prinzip umbenennen. Das heißt, hier kann ich sagen, Pausenraum, hier kann ich sagen, Raucherecke, falls es sowas überhaupt noch gibt und so weiter. Kann die alle so benennen. Kann die auch thematisch zuordnen. Habe hier in den Optionen noch die Möglichkeit zu sagen, okay, die Konferenzräume werden zum Beispiel automatisch nach 10 Minuten oder 15 Minuten geschlossen. Wenn ich Kleingruppen habe, sage ich, ihr geht jetzt mal 5 Minuten für ein Brainstorming, klicke ich hier auf 5 Minuten, dann ertönt nach 5 Minuten ein kleines Signal und 60 Sekunden später wird der Raum automatisch geschlossen. Trotzdem habe ich jetzt auch die Möglichkeit, jetzt hier Personen zuzuordnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Zuordnen-Button klicke, habe ich jetzt die Teilnehmerliste und kann sie jetzt im Prinzip auch noch manuell zuordnen. Das mache ich jetzt erst mal nicht, weil wir haben ja die Möglichkeit, auch selber zu wechseln. Also die Möglichkeit haben alle, die mindestens 5.3 installiert haben. Ich zeige Ihnen auch gleich, wo Sie Ihre Versionsnummer herausfinden können. Und dann heißt es einfach, alle Sessions beginnen. Und Sie haben jetzt im Prinzip unten in Ihrer Menüleiste entweder unter dem Punkt mehr oder woanders einen Punkt mit Breakout-Sessions. Und wenn Sie da jetzt draufklicken, sollte sich ein so vergleichbares Fenster auch öffnen. Und Sie sehen die Räume, Sie sehen die Anzahl hintendran. Da sieht man dann, wie viele Leute in den Räumen sind. Und wenn Sie, die Stefanie Mangel ist schon gewechselt, in den Pausenraum, genau. Jetzt könnte man zum Beispiel auf die 1 klicken, sagen auf Teilnehmen und dann würde ich auch in den Pausenraum 1 gelangen. Und ich würde sagen, ich gebe Ihnen jetzt einfach mal fünf Minuten Zeit, diese Funktion mal auszuprobieren. Und nach diesen fünf Minuten hole ich sie dann auch wieder zurück, beende ich die Breakout-Sessions. Und wer sonst noch so Fragen hat, die werde ich danach im Anschluss erklären. Und bei dem, wo es jetzt nicht funktioniert, die nehmen entweder über den Browser teil oder haben noch eine ältere Version. Die bleiben dann gleich hier. Dann zeige ich, wie man updatet. Also, ab jetzt fünf Minuten zum Ausprobieren. Viel Spaß. So, Theresa fragt, wo finde ich Breakout-Räume? Die ist, wie gesagt, unten in der schwarzen Leiste von Zoom. Entweder müsste die so sichtbar sein. Bei mir hier ist die zwischen Aufnehmen und Reaktionen. Oder da ist ein Punkt mit mehr und drei Punkten und darüber verbirgt sich dann die Breakout-Session. genau, die Kirsten hat die alte Version. Das kann, ja, Stadt, Frankfurt, ne? Die Kirsten macht es meistens mit der Annika Kramoll als Moderation. Genau. Richtig, 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 aber es sind ja noch jetzt noch einige hier, die jetzt nicht ausprobieren können, sage ich. Liegt das an der, vielleicht nur mal kurz mit Winken oder Symbol, liegt das an der alten Version oder das über den Browser teilnehmen oder einfach gerade keine Lust? Bei mir steht, please wait to be signed. Okay, dann ist das die alte Version. Ich habe den Button überhaupt nicht. Genau, ich bin, glaube ich, auch über den Browser drin. Okay. Also, ich vermute die alte Version. Ja. Auch alte Version. Genau, wo finde ich denn meine Versionsvariante? Das zeige ich gleich, wenn alle da sind. Ich beende jetzt gerade mal die Breakout-Session, dass alle wieder zurückkommen. Und dann zeige ich, wo man die Version findet und wie man auch updatet, weil das ja doch ein wichtiges Thema auch ist. So, gleich sind alle zurück. Wie gesagt, nachdem ich die Breakout-Sessions beendet habe, sind nochmal 60 Sekunden, werden dann nochmal eingeräumt, um Themen zu beenden, Tisch aufzuräumen, Tassen zurückzubringen. Und dann kommt man automatisch wieder in das Meeting zurück. So, jetzt sind alle wieder da. Die Breakout-Sessions sind zu. Und es gab jetzt auch ein paar ganz, ganz wichtige Fragen über die Version und warum es einige nicht konnten. Also, wie gesagt, diese Version oder diese Möglichkeit, die Räume selber auszusuchen, das ist eine ganz fantastische Möglichkeit. Es ist einfach eine Autonomie. Ja, man ist nicht so fremdbestimmt. Aber das geht nur, wenn man mindestens Version 5.0 installiert hat. Also, 5.3, Entschuldigung. Aktuell sind wir bei Version 5.4.1. Alles, was davor ist, ist nicht möglich. Das ist jetzt, betrifft noch recht viele, weil gerade Einrichtungen und Behörden, wo der Rechner eben fremdadministriert ist, da arbeitet die Administration, ich sage es mal so, mit einer gewissen Latenz. Und da kann es manchmal einfach ein bisschen dauern, bis mal ein Update eingespielt wird. Aber das ist eine Frage der Zeit. Ich hoffe, im nächsten Jahr wird das alles kein Thema mehr sein. Wie Sie herausfinden, welche Version Sie haben, da klicken Sie einfach, Sie haben ja hier links oben dieses grüne Schutzschild, grüne Schutzschild hier im Fenster. Wenn Sie hier draufklicken, kriegen Sie die Webinarinfo oder die Information. Hier sehen Sie zum Beispiel auch nochmal die Meeting-ID, den Einladungslink, Teilnehmer-ID, dass wir hier verschlüsselt sind und über ein Rechenzentrum in Deutschland verbunden sind. Und wenn Sie hier auf das Zahnrad draufklicken, dann öffnen sich die Zoom-Einstellungen und unter dem Punkt Statistik sehen Sie hier unten Ihre Versionsnummer. Sie sehen hier auch die Verschlüsselung und aber wichtig ist hier, wie gesagt, die Versionsnummer. Und aktuell ist die 5.41. Wie aktualisiere ich? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, Sie haben ja, wenn Sie Zoom öffnen und einen Account haben, dieses Fenster, mit dem Sie starten. Und da können Sie einfach hier auf, nicht auf mein Profilfoto, sondern auf Ihr Profilfoto klicken und dann einfach nach Updates suchen. Das ist eine leichte Möglichkeit. Dann wird auch direkt installiert. Zack, zack. Andere Methode abzudaten, Das ist einfach, wenn Sie dann auf die Webseite von Zoom gehen und ganz, ganz runterscrollen, gibt es hier die Meeting-Clients und dann lädt man sich hier einfach die aktuelle Version runter und installiert die einfach über die alte drüber. Weil das wieder so ein paar Schritte wieder sind, auf die Webseite runterscrollen und wie auch immer, empfehle ich unseren Blog, erwachsenenbildung-ekhn.blog und hier haben wir bei zusammengefasst den Zoom-Hilfe-Bereich und hier ist zum Beispiel, das sind so häufig gestellte Fragen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Hier ist nämlich auch nochmal bebildert, welche Zoom-Version nutze ich und wie aktualisiere ich die Software. Hier sind nochmal die einzelnen Schritte aufgelistet beziehungsweise auch der direkte Link zur Zoom-Homepage und zum Download-Bereich. So, wo ist mein Chat? Da ist er. Es waren jetzt nochmal unterschiedliche Fragen hier und zwar kann man die Räume vorbereiten oder nur im laufenden Meeting erstellen. Die kann man vorbereiten, wenn ich nämlich in meinem Konto bin. unter Meeting, Meeting planen, ist klar. So, und dann haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, die Breakout-Sessions vorzubereiten. Ganz unten war es schon. Ganz unten war das schon? Ja, jetzt bei Meeting-Optionen. Vorauswahl der Breakout. Meine Herren. Das? Ja, ja, fantastisch. Okay. Das ist der Wald und die ganzen Räume. Richtig. Ja, vielen, vielen Dank. Genau, also hier Vorauswahl der Breakout-Räume und hier kann ich die Räume im Prinzip auch schon alles planen und auch schon mal vorlegen und erstellen. Genau, das funktioniert alles hier drüber. Genau. Jetzt war nochmal so dieser Punkt, wir reden jetzt ganz viel über die Funktionen und die wir alles wunderbar in dem Webinar oder in einem Webinar umsetzen können. Und es gibt ja von Zoom nicht nur die Meeting-Funktion, sondern auch eine Webinar-Funktion. So, und jetzt die Frage, braucht man wirklich diese Webinar-Funktion, die ja nicht gerade günstig ist? Also die kostet ja echt viel Geld. Und ich habe die derzeit noch, wir hatten die mal gebucht, aber ich werde das jetzt auslaufen lassen und nicht mehr verlängern, weil all das, was wir hier jetzt gerade machen, das geschieht über die ganz normale Meeting-Funktion von Zoom. Also das, was selbst die kostenlose Variante von Zoom kann, machen wir hier mit. Weil mein Grundgedanke bei den Digital-Formaten ist auch, mich nicht allzu sehr auf Exklusivität zu spezialisieren, sondern es geht ja auch um Übertragbarkeit und Nachmachbarkeit. Ja, und ich möchte ja, dass das, was ich zeige in den Schulungen, dass Sie das ja auch mit Ihrem Account nachmachen können. Und auch anwenden können. Und wie gesagt, das funktioniert alles über die Meeting-Funktion. Die Webinar-Funktion, die hat folgenden Unterschied. Es gibt ja hier im Meeting die Rolle, Sie als Zuschauer. Und dann gibt es noch, ich sage mal, die Moderatoren und Co-Moderatoren. In der Webinar-Funktion gibt es natürlich Moderatoren, Co-Moderatoren. Dann gibt es aber Diskussionsteilnehmer als Rolle. Und es gibt Zuschauer als Rolle. Die Zuschauer sind erst mal weder per Kamera noch per Mikrofon dazugeschaltet. Das heißt, die haben gar keine Möglichkeit, sich per Kamera oder Mikrofon dazuzuschalten, sondern die sind einfach nur dabei, wie vor dem Fernseher sitzen, und sehen das, was die Diskussionsteilnehmer machen. Die Diskussionsteilnehmer ist jetzt im Moment so, wie Sie hier da sind. Und das sind Menschen, die per Video, per Mikrofon mit dabei sind, die reden. Und im Prinzip können Sie sich jetzt noch mal über diese Ebene, mit Ihnen noch mal eine weitere Ebene mit Zuschauern ansprechen oder vorstellen, die einfach nur zuschauen. Und ich als Host lege dann fest, wer im Prinzip zu sehen ist für alle und wer nicht. Kann ich aber über Meeting-Funktion auch machen. Der Punkt ist halt, die Webinar-Software, die richtet sich an eine ganz andere Zielgruppe. Die ist wirklich für große Veranstaltungen, Universitäten, Vorlesen, Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Personen. Da ist natürlich klar, dass nicht jeder per Video und Audio mit dabei sein kann. Das macht auch gar keinen Sinn. Und da ist halt die Frage, arbeiten wir in dieser Größenordnung? Also ich nicht. Wir hatten jetzt Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres Webinare mit 500 Personen. Und das ist okay. Ja, das ist halt so eine Massenveranstaltung. Aber das hat nichts mit Diskussion. Da kann ich nicht sagen, meldet euch mal und wenn ihr einen Beitrag habt, fragt mal nach. Das geht auch in einem analogen Setting nicht. Und was noch der Vorteil von der Webinar-Funktion ist, das ist ein Frage- und Antwort-Tool. Das heißt, parallel zum Chat können Fragen gestellt werden. Diese Fragen können über ein Daumen-Button gewotet werden und die Fragen mit den meisten Votes, die rücken dann automatisch nach oben. Und ich kann dann als Moderator im Prinzip die Fragen in einer Priorität oder priorisierten Anordnung anschauen, kann diese beantworten, klickt dann drauf, dann sind sie erledigt, beantwortet und flutschen weg. So, das heißt, das hilft mir, ich sag mal, Fragen zu bündeln und dass mir nichts verloren geht, weil der Chat, wenn sie ihre Fragen im Chat stellen, sich dann aber noch unterhalten und jetzt jeder nur einen Satz schreibt, dann habe ich keinen Überblick mehr. Das geht einfach viel zu schnell dann. Genau, das ist einfach nur so der Überblick zwischen Webinar und Meeting-Software. Gibt es Fragen von Ihrer Seite aus? Ich entspotleite mich gerade mal, gehe aber in die Galerieansicht. Wie gesagt, alles jetzt gerade viele, viele Themen, aber gibt es noch Verständnisfragen? Die Esther Linz meldet sich. Bitte schön. Es ist ja so gewesen bei uns, dass wenn du die Breakout-Wohns eingerichtet hast und die sind, was öfter mal passiert, wenn das Netz instabil ist und die fliegen raus, man hat sich bemüht, die vorher schön einzurichten aus bestimmten Gesichtspunkten, und die kamen wieder dazu, dann musste man die wieder zusortieren. Ist das bei, also in den entsprechenden Breakout-Wohnen, die haben wollen, ist das bei der Version oder bei dem neuen, was du sagst, darf ich du sagen, Entschuldigung, was die sagten, ist das da drin, dass man einfach, die können sich dann selber wieder zusortieren, weil sie wussten, wo sie waren, weil das wäre eine Erleichterung, finde ich. Ja, genau, also wenn ich kann im Prinzip vor einem Meeting diese Breakout-Räume, in denen man sich selbst bewegen kann, wenn ich diese festlege, dann sind die automatisch für alle neuen und alten Teilnehmer da. Also dieser Button mit Breakout-Sessions ist da und man kann einfach neu ins Meeting kommen und sich selber dann zuordnen und beitreten. Und das Schöne, das habe ich jetzt gestern festgestellt, das funktioniert jetzt auch über die Smartphone-App. Ich hatte also das Smartphone als Kontrollmonitor bei dieser Tagung und habe dann gesehen, da ist ein neuer Button in dieser Videokonferenz, das ist wie so ein Kreis mit Quadraten drin und dann habe ich dann da draufgeklickt und dann standen da Breakout-Session wechseln und dann konnte ich auch von meinem iPhone aus alleine die Breakout-Session wechseln. Muss man allerdings die aktuelle Version installiert haben. Okay, sonst noch Fragen? Okay, dann machen wir mal weiter zum Thema Aufzeichnung und Streaming und dann gucken wir, was die Zeit so noch hergibt, richtig. Ich hatte noch eine Frage, ich habe sie per Chat aufgestellt. Oh ja. Können Sie es sehen? Ich habe gerade die Frau Ester-Lenz überhaupt nicht verstehen können. Ihre Stimme war sehr stark verzerrt. Das kann ich als Host tun. Nix. Das liegt einfach, das ist das, was ich mit dem Mikrofon gemeint habe. Manche Mikrofone sind halt einfach schlechter als andere. Das ist der Grund, auch warum ich, also ich bin täglich vier, fünf Videokonferenzen drin und dann kommen auch die Veranstaltungen. Und für mich ist es auch wichtig, dass ich in einer Veranstaltung auch normal reden kann, als würden wir an einem Tisch sitzen. Also auch von der Lautstärke her. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt in dem Bildschirm lauter reden, dass sie mich verstehen. Deswegen habe ich jetzt hier auch so ein, ich sage mal, ein professionelles Sprechermikrofon auch drin. dass meine Stimme auch entsprechend gut übertragen wird. Eingebaute Mikrofone von Geräten, die sind so unterschiedlich, was die Qualität angeht. In dem Fall hatten wir jetzt einfach auch das Beispiel, weil die Sache ist, man selber weiß das ja nicht. Man hört sich ja nicht selber. Das heißt, ich finde, man soll auch zurückmelden dürfen, zu sagen, okay, ja, dein Mikrofon, da ist es anstrengend, irgendwie zuzuhören. Mit Headsets gibt es ab 25, 30 Euro, USB-Headsets, die bringen so eine qualitative Verbesserung. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei Webinaren, weil wir reden alle von Methoden und Didaktik. Didaktik, das ist eh so ein Schlagwort. Wie können wir auch didaktische Settings umsetzen? Und ich finde, gerade in digitalen Settings ist die Mathetik ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Lehre der Lehre aus Teilnehmersicht. Das heißt, was passiert aus der Sicht der Teilnehmer, gerade in dieser Bildungsveranstaltung? Und das sind einfach Punkte, wie zum Beispiel der Ton. Wenn der nicht stimmt, dann ist die komplette Veranstaltung ruiniert. Also stellen Sie sich jetzt einfach mal diese Mikrofonqualität, müssten Sie über eine Stunde lang zuhören. Ich war die Woche zu Gast in einem Talk, der wurde in Köln ausgestrahlt. Und da war auch eine Person dabei, die hatte ein Mikrofon. Das war zum ersten Mal, dass ich richtig Zahnschmerzen bekommen habe. Also das war so ein richtig hochfrequentes Fiep, was übertragen wurde. Und das hat man allen angemerkt. Die haben alle leiser gedreht. Und das sind einfach so Punkte, da müssen wir auch darauf achten, wie gestalten wir in Webinaren außerhalb von Zoom unser Setting. Das ist, wie gesagt, der Ton. Einerseits, dass wir entspannt reden können, ohne dass die Stimme nach einer Stunde weg ist. Andererseits natürlich auch das Bild. Das heißt, Licht ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein Licht ausmache, sieht auch nicht so toll aus. Oder wenn ich jetzt hier nur mit der Deckenbeleuchtung arbeite. Genau, das ist total überbelichtet. Ich meine, für viele Menschen ist Überbelichtung immer noch besser, als unterbelichtet zu sein. Aber, wie gesagt, hier kann man einfach auch gucken, durch verschiedene Lichtsettings, dass hier auch ein angenehmes, optisches Bild auch mit vermittelt wird. Kameraposition ist auch was Wichtiges. Es hat auch was, wenn ich jetzt mit Ihnen rede oder an den Bildschirm gucke, auch was mit einer Unterhaltung auf Augenhöhe zu tun. Die habe ich jetzt zum Beispiel nicht in Veranstaltungen, wenn ich die klassische Smartphone-Kamera nutze, oder die klassische Laptop-Kamera nutze, die so von unten auf mich hochguckt und wo ich dann irgendwie so ab Nasenspitze aufwärts irgendwie nur so hier so übertragen werde. Das heißt, ich will ja vom Setting weder auf den anderen herabschauen, noch möchte ich das auf jemanden, zu jemandem hochschauen. Das heißt, die Unterhaltung auf Augenhöhe und wenn man das ein bisschen professionalisieren will, helfen einfach ganz kleine Stative. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir das soll jetzt natürlich auch nicht der Maßstab sein, aber meine Kamera ist der hier diese Moment, genau, das ist hier eine Sony Alpha Kamera, ist eigentlich ein Fotoapparat und diesen Fotoapparat, den habe ich mir mit einer äußerst professionellen Halterung einfach mit Kabelbinder und einem Stativ bei mir an den Monitor hinten dran gemacht, dass die auch die richtige Halterung hat. Und ich finde, da kann man auch so ein bisschen kreativer einfach auch werden und klar, es gibt teure Lösungen, aber was hinter der Kamera passiert, sieht eh kein Mensch. Also das einfach nur so als Hinweis. Die Frage nach Hintergrundveränderung kommt noch von der Kirstin und die Zoom-Etikette. Genau, gucken wir erst mal Hintergrundveränderung. Meinst du damit den virtuellen Hintergrund? Kirstin? Ja. Okay, genau. Also bei Zoom gibt es ja die Möglichkeit, das zeige ich jetzt auch gleich, bei einigen die Möglichkeit des virtuellen Hintergrundes. Und zwar, wenn ich in die Einstellungen von der Videokamera gehe, ist hier der Option virtueller Hintergrund. Und hier kann ich zum Beispiel den virtuellen Hintergrund aktivieren und einfach über die Software ausgerechnet ein Bild hinter mich stellen lassen. Also wie gesagt, einen virtuellen Hintergrund. Das funktioniert okay. Ich sage okay, weil Sie sehen hier, es gibt so Artefakte so zwischen den Fingern, dann verschwindet mal was oder auch Leute, die einen Kopfhörer aufhaben. Dann ist es meistens so, dass man den Kopfhörer sieht und zwischen Kopf und Kopfhörer, so wie jetzt hier gerade, kann man dann den Hintergrund durchsehen. Also das ist keine ganz wirklich saubere Lösung. Sauber wird die Ganze mit der Greenscreen-Technik. Das heißt, wenn Sie im Hintergrund ein Greenscreen benutzen, das muss jetzt kein professioneller Greenscreen für 500 Euro sein. Also ich habe hier für mein Arbeitszimmer, das ist ein Stück grüner Stoff, den habe ich mir drei auf zwei Meter zusammen gemacht mit einer alten Zeltstange oben einfach festgemacht. Dann habe ich hier an der Decke einfach zwei Schrauben auch mit Kabelbindern. Dann stecke ich die Stange einfach hinter mich rein, dass das Tuch so runterfällt. Und wenn Sie diese Greenscreen-Technik verwenden, dann sieht man da wirklich keinen Unterschied. Ich möchte das einfach nur mal ganz kurz demonstrieren, also jetzt nicht demonstrieren. Ich möchte jetzt den Greenscreen ja jetzt nicht rausholen, aber ich produziere auch meine Videos damit. So, Moment. Wollen wir mal gucken. Genau, so hier das Video zum Beispiel, das ist auch von einem Greenscreen gemacht, also genau an dem Platz, wo ich jetzt gerade sitze, nur mit dem grünen Tuch hinten dran und da sieht man keine Artefakte und kein gar nichts. Also das ist, das lohnt sich dann wirklich, wenn man solche Aufnahmen macht, das dann auch, wie gesagt, über so ein grünes Tuch zu machen. Ansonsten, ich hatte gesagt, die Funktion, die steht nicht allen zur Verfügung, die ist abhängig von der Rechenleistung des Computers, also von CPU und vom Speicher. Das heißt, die meisten Bürorechner, vor allen Dingen die mit einem Core 3 Prozessor, denen steht diese Funktion der virtuellen Hintergründe gar nicht mehr oder gar nicht zur Verfügung. Genauso wie ältere Smartphones, aktuelle Smartphones, die wirklich über Dualkamera-Systeme auf Front verfügen, die bieten das auch an. Und ansonsten gibt es dann halt hier noch die Möglichkeit, um das noch so ein bisschen schnieker zu machen, auch in den gleichen Einstellungen wie die virtuellen Hintergründe, auch die Videofilter. Das heißt, hier kann ich ähnlich wie bei Snapchat mir einfach ein paar virtuelle Filter nochmal mit einbauen und ja, ob das inhaltlich was bringt, sei jetzt nochmal dahingestellt, viel macht es Spaß, ja. Das sind einfach so optische Spielereien. Und was es hier auch gibt, in der Beta-Version Studio-Effekte, das heißt, wenn Sie einen Bad haben wollen, ja, mein Oberlippenbad ist jetzt ein bisschen gewachsen, kann man sich hier jetzt nochmal, also das funktioniert auch wirklich erstaunlich gut, dass das so über diese Augmented-Reality-Schiene jetzt mit dort eingebunden wird. Aber wie gesagt, auch das alles sind mehr so optische Spielereien. Ansonsten abschließend, wir sind jetzt ja Richtung 11 Uhr und ich möchte gleich einfach noch ein bisschen Raum für Diskussion und Fragen lassen. nicht alles ist Technik. Also die Software zu beherrschen ist wichtig, zu wissen, wie was funktioniert, wie gestalte ich einen Raum, wie kann ich Leute stumm schalten, wie kann ich Leute auch mit dazu holen, aber auch, wie kann ich Leute auch aktivieren. Es gibt natürlich jede Menge, also in Bildungsveranstaltungen jede Menge sogenannte Energizer und Aktivierungsspielchen, aber ich bin eher so der Freund davon, ja, Interaktion zu schaffen, Kleingruppen Arbeit zu machen, drei, vier Personen, persönlicher Austausch, dass Interaktion, Kommunikation auch stattfindet. Genau, die Esther sagt auch, mit unterschiedlichen Hintergründen kann man ein nettes Quiz als Warm-up machen, wenn man diese Funktion dann hat, das ist richtig, richtig. Und die Ulrike hatte noch die Frage mit der Zoom-Etikette. das Einzige, was ich mittlerweile mache, das ist eigentlich nur, eventuell noch mal zu zeigen mit den Ansichten, was man da verstellen kann und mit dem Mikrofon. Und ansonsten, wie viel Etikette habe ich in analogen Settings? Also da sage ich den Leuten ja auch nicht, wie sie sich benehmen sollen. Und ich empfinde das manchmal auch als sehr bevormundend, wenn die erst zehn Minuten sich darum drehen, was ich nicht machen darf. Also von daher, ja, ist es eigentlich sehr, sehr stark mit analogen Settings auch vergleichbar. Abschließende oder genau die Frage noch Thema Datensicherheit schreibt die Simone Bachinger hier noch im Chat. Also natürlich, wir sind digital, es wird auch aufgezeichnet. Ich wollte noch Livestreaming zeigen, das ist auch mal ganz, ganz, ganz wichtig. Genau, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir sind jetzt ja bei Thema Datensicherheit. Wir nutzen ja Zoom über den Anbieter EasyMeet 24, wie gesagt, mit deutschem Serverstandort. Das sieht man ja auch, wenn man auf dieses grüde Schild da auch mit drauf klickt. Das heißt, an Zoom US werden die Metadaten übertragen, das heißt, die IP-Adressen und Geschwindigkeiten, aber keine Inhalte. Die Inhalte sind auf dem deutschen Server und es ist jetzt so, dass mit der aktuellen Version 5.4 auch eine AES 256 mit End-to-End Verschlüsselung, also eine Verschlüsselung eingeführt wird. Die ist noch nicht final da, aber künftig wird es möglich sein, komplette Gruppenmeetings mit bis zu 200 Personen komplett verschlüsselt, ich sag mal anzubieten, dass selbst Zoom nicht mehr und niemand anders auf der Welt mehr auf diese Inhalte zugreifen kann. Das ist ein ganz großer Punkt, auch in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit. Genau. Ansonsten muss man sich halt immer klar machen, ich sag mal, was für Informationen gebe ich preis, auch wenn ich vor allen Dingen veröffentliche, aufzeichne oder etwas streame, ist natürlich nochmal was anderes wie in kleineren Settings. Streaming war jetzt nochmal das Stichwort, richtig, und zwar gibt es die Möglichkeit, direkt aus Zoom heraus einen Livestream zu Facebook, YouTube, etc. zu starten, das kann auch nur der Host, und zwar bei mir jetzt unter dem Button mehr, live auf Facebook, ist es, weil ich YouTube einfach deaktiviert habe, unsere Zielgruppe ist überwiegend auf Facebook und nicht auf YouTube, man kann nur einen Livestream machen. Es wird die Verbindung jetzt hergestellt zu Facebook, ich demonstriere das jetzt nur, es wird kein Livestream gestartet, es wird jetzt nur demonstriert, und dieser Livestream wird behandelt wie ein ganz normaler Facebook-Beitrag, das heißt, ich kann jetzt sagen, in meiner Chronik, in der Gruppe oder auf einer Seite, die ich verwalte, kann dann meine Facebook-Seite aussuchen, kann dann im Prinzip Überschrift, Beschreibung nochmal festlegen, also alles, was ich bei einem normalen Facebook-Post auch festlegen kann, ich kann sogar bei Privatposts auch die Zielgruppen festlegen, dass nur Freunde oder wie auch immer das gucken dürfen, dann wird, wie gesagt, der Livestream jetzt vorbereitet mit einer Vorschau, und sobald ich hier auf Live gehen klicke, wird die Zoom-Konferenz dann eben komplett über Facebook dann auch gestreamt und auch automatisch, ich sage mal, im Facebook-Kanal oder in der Timeline als Video auch abgespeichert. Gut, soweit wäre jetzt erstmal so der Input, das jetzt fragt die Esther, wie geht das andersrum, wenn ich ein YouTube-Video teilen will, über Bildschirm teilen, war der Ton nicht gut. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich, habe ich schon ein Bildschirm geteilt, also, wenn ich ein Video zeigen möchte, wie gesagt, ich gebe es dem Browser ganz normal frei und kann jetzt irgendwie, ich nehme jetzt mal ein beliebiges Video So, jetzt frage ich einfach mal in die Gruppe, wie war der Ton, vielleicht gerade mal so Daumen, ja, also, wie gesagt, bei den meisten war guter Ton, das heißt, das mache ich einfach über die normale Freigabe und bei der Freigabe habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, dass der PC-Sound mit übertragen wird, das ist dann auch sehr leicht möglich und jetzt noch das Whiteboard, was der Alexander Herzfeld noch gesagt hat, ja, Whiteboard, ich bin überhaupt kein großer Freund von diesem Whiteboard, weil es meinen Augen nach nicht wirklich sehr zuverlässig mit größeren Gruppen funktioniert, nur mit größeren Zeitsprüngen und Latenzen mit drin, letztendlich, jetzt muss ich gucken, ob ich das doppelt freigeben kann, ich muss einmal den Desktop freigeben, dass Sie jetzt meine Zoom-Oberfläche sehen, auf der anderen Seite muss ich jetzt das Whiteboard freigeben, was nichts anderes ist, als auch eine weitere Freigabe. Und das scheint so zu funktionieren, das heißt, ich klicke dann hier, gebe das Whiteboard frei und kann jetzt auch festlegen, dass Sie damit arbeiten können, Freigabe unterbrechen, genau, und Sie haben jetzt oben in der Navigationsleiste, Ja, die Carolin, die schreibt schon, genau, in der Navigationsleiste oben ist jetzt eine Möglichkeit zu notieren oder zu beschriften, genau, irgendwie beschriften, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Personen sind schon mit dabei, die Simone hat jetzt auch was geschrieben, ich kann jetzt hier auch ein Textbild reinsetzen und so kann ich das freigeben. Das hatte ich das letzte Mal Anfang des Jahres intensiver versucht zu testen, da war ich sehr enttäuscht, seitdem nicht mehr, kann sein, dass ich da mittlerweile, das sieht jetzt sehr gut aus, was hier gerade passiert, dass sich das verändert hat, auch hier einfach der Hinweis einfach ausprobieren und genau, kann auch abhängig von der Version sein, also wie gesagt, ich arbeite, ich beende mal kurz die Freigabe, ich arbeite viel mit kollaborativen Whiteboards, aber mit externen Tools, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass vor allen Menschen, die über Browser teilnehmen und auch am Tablet da sehr benachteiligt sind, wenn man das Zoom Whiteboard auch benutzt. Ich habe hier zum Beispiel, was ich sehr gerne nutze, aber das soll nochmal ein anderes Thema sein, das ist Miro als Whiteboard, das kann ich auch kollaborativ einfach freigeben, dass andere dort, ich sage mal, ohne sich registrieren zu müssen, reinschreiben können, was ich jetzt neu entdeckt habe und jetzt nächste Woche meinen Zugang bekomme, ist Colorboard, das ist ein Anbieter aus der Schweiz, der auch datenschutzkonform Whiteboard anbietet, wo man eben auch, ich sage mal, ohne Registrierung mitmachen kann. Da, glaube ich, sind einfach externe Tools nochmal sehr hilfreich, um, wie gesagt, Smartphone und auch Browsernutzer mit einzubeziehen. Genau, Esther schreibt ja auch, gute Erfahrungen mit Miro und Padlet und die Links selbstverständlich kommen alle in die Follow-up E-Mail und in den Artikel für die Aufzeichnung, das natürlich, wir bieten auch demnächst oder im nächsten Jahr zu Miro noch, ich sage mal, unterschiedliche Fortbildungen an und ansonsten, ja, einfach in der Mediathek bei uns im Blog auch mal nachschauen. Wir haben dort zu sehr vielen Tools auch schon mal Besprechungen und Talks gemacht und es gibt hier auch in dem gleichen Bereich, wo die Zoom-Hilfe-Bereich ist, digitale Bildungsformate, Tools für die Bildungsarbeit und hier kann man sich auch mal einfach mal durchlesen, vielleicht auch mal ein bisschen inspirieren lassen, weil es kommt auch immer wieder neue Dienste mit dazu, wie gesagt unter erwachsenenbildung-ekhn.blog Ja, soweit an dieser Stelle. Ich bin auch schon zehn Minuten über der Zeit, unglaublicherweise, von daher würde ich meinen Input jetzt gerne beenden. Ich bedanke mich auch schon mal für das Zuschauen. Ich biete gerne an, wenn noch Gesprächsbedarf da ist, dass ich jetzt gleich die Aufzeichnung beende und wir uns zehn Minuten hier einfach noch mal austauschen. ansonsten für alle anderen, die jetzt sagen, 70 Minuten reicht jetzt erst mal. Ja, schönen Freitag noch, schönes Wochenende und bis dahin alles Gute. Tschüss.